hallo und jetzt willkommen zurück zu Mars Horizon, nicht so weit im Mars, Jesus, muss ich erst drüber nachdenken. So, jetzt müssen wir uns die komische Rakete weggejuckelt. Richtig scheiße. Gibt es hier noch so schönes? Das ist 10% Fahrzeugbaukosten. Kruder brauchen wir nicht. Ja, werde ich langfristigen Flugplanen. Ja, los jetzt. So, Rockshot. Also, das Ding war nie so gut. So, dann können wir eine richtig schöne kleine nehmen. Brauchen wir nichts so teures. Wirklich? Das ist alles hier zu schwer für die Scheiße? Ja, wirklich mit 4 SRBs. Aber das Ding zu fett ist. Wow. Genau. Ich dachte das. Ja, mal da. Sarina. Und dann Kohle haben wir genug. So, der komische Bumms ist jetzt nicht auch mal fertig hier. Ja, come on. So, was machen wir da? Oberstufe. Block D. Wunderbar genug. So, was gibt es jetzt hier? So, was gibt es jetzt hier? So, wir müssen jetzt hier ein perfekter Ort. so dass man die nicht drehen kann also x und dings aha dem nützt nix also hier diese beschissene see kann ich einfach zuschütten hier drüben nutzlos baukosten hier nieder ich gotcha covered ich got you coward silly sausage nein ja hat sie denn nur frauen haben katharina so äh was sind die? 10.000 machen wir hier mal 1.600 dann erforschen wir erstmal die proton rakete oh shit eine mission oder sollte ich die mission als erstes machen? wie viel hat diese beschissene proton rakete? 65 und äh 55 wie schwer ist das teil? 20 tonnen in der oberstufe kann ich doch safe tragen wo ist die? äh ok ich kann es nicht das sind nur sieben tonnen dann brauche ich die proton ok frage beantwortet komm nervt nicht wenn ihr hier kommt die ladies sarina langfristiger flug das ist ins weltall da machen wir rein das pilot kommt ein athlet noch mit rein nein so ein scheiß problemlöser und elektriker so training ist das so wo mehr april sehr gut marsländer ist bald soweit die proton forschung ist durch ausbildung zu labers 86 da helfen wir ein bisschen das ist echt scheiße ja dann machen wir es halt so in einem jahr alter sind 17 monate ist doch zum kotzen ja stelle ich den scheiß Saturn vorbeiflug dann müssen wir abbrechen ja ja maul maul was er ist in ruhestand gegangen vor allem da steht original nicht drin äh angebigkeit ja toll so viel will ich jetzt auch nicht anschauen weil die kosten immer so viel ach das ist eine test pilot gewesen okay dann kommt der nächste test pilot sehr schön noch mal noch eine noch eine athletin berühmt habe ich schon wissenschaftler im team in wissenschaft glaube ich auch noch nicht wissenschaftler ins team so plus geht's baby und es regnet das ist schön komm schon der wo morgen ist es super da muss ich doch plus punkte dafür kriegen alter oder etwa nicht nur ein prozent dem scheißchen könnte man auch mit dem az in die mehl fliegen also klingt so nicht so wie vorher ist aber schon gehört dass die triebwerke scheiße waren der start war gefährlich so kines man trifft wieder trifft 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 und sind diese aufgaben nur so scheiße das ist so 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 ich habe keinen bock drauf habt man kann ich irgendwie anders runter fliegen Komm schon, komm schon. Mann. Das ist ganz angenehm hier. Das fängt so schnell an, dann wird es schnell aufwahren. Aber es geht. Komm schon. Komm schon. Toleranz und 00 sind die Scheißer überlegt. Ich war noch wieder Sense. Na bald. Okay. Pixel. Das ist okay. Das ist egal. Nein. 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 Das ist so eine Scheiße. Warum fängst du so schnell an, Alter? Passt auch nicht mit 130 an und verlangsamt es dann wieder auf 60. Jetzt komm schon. Kack Ding. Hihihihi. Ah, wie das funktioniert, Alter. Ich glaub es nicht. Komm schon, komm schon. Jesus Christ. Warum? Kontrolliert irgendwie die Eidreise. Hier fünf unten. Schon ein bisschen Scheiße. Ja. 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 Was ist das? Das war's für heute. Diese Vox und Romsotten sind echt nicht gut. Komm, gib mir bitte diesmal nur eins. Komm schon. Warum? Das ist einfach nur eine miese Ratte. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was ist das? Ich habe schon Ich habe schon, du kommst schon, du kommst schon, du kommst schon Why the f**k Oh. Ich hab wenigstens ein bisschen gelösset. Ich muss sowieso gleich zu Ende sein. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Dann gehen wir mal raus. Gibt es irgendwas mit irgendeinem Comsort oder so? Das ist ehrgeizig. Sputnik wirklich? Na dann. Eine kleine Scheiße. No. Ja, dann würde ich sagen, bevor ich das schon wieder vergessen muss. Wenn ich das schon wieder schneiden muss, würde ich sagen. Ja. Drückt den an nach oben. Abonniert den Kanal. Wenn es sich sowieso stoppt. Wir sind es definitiv beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Macht es gut. Und schaut mal vielleicht an Thomas oder so vorbei. Der macht ja auch ganz coolen Scheiße. Letzte auf Fall. Also dann. Haut rein.